Hallo meine Lieben, heute gibt es schon wieder den nächsten Teil unseres super langen Hörbuchs des Märchens vom Stadtschreiber, der aufs Land flog. Ich denke, es wird noch drei, vielleicht vier weitere Teile geben. Und wenn du die auf keinen Fall verpassen willst, dann klick am besten noch schnell auf Abonnieren. Hast du die Serienteile verpasst, findest du in dem Kommentar unter dem Video die Playliste zum ganzen Märchen. Und jetzt würde ich sagen, lehne dich zurück und ich wünsche dir wie immer ganz viel Spaß. Kapitel 4 Eine Weile noch stand Guntram spatt, nachdenkend und dankbar am Grabe des toten Vaters. Ihm war es, als habe der Selige ihm in höchster Not den Helfer gesandt, den Hof von den dunklen Mächten zu befreien und das Glück der späteren Geschlechter zu begründen. Mit leisen Worten sprach er seinen Dank und sah noch einmal auf Wasserstrudel, dollende Felsklüfte, das steinerne Kreuz und die verwelkten Blumen. Dann rieb er das Zauberhaar an der Rechten und schon stieg er, eifrig flatternd, aus dem Dunkel zum Licht. Der weißbestäubte Müller Packern sah gerade aus dem Mühlenfenster und schallt auf den Novemberwind, der gar zu rasend die Flügel umtrieb, dass der ganze hölzerne Bau schlitterte und ächzte. Die Mahlgänge sausten, die schweren Steine schrien und das Seil um den Balken knaschte. Kannst du es denn nicht ein wenig gelassener machen, Wind? schallt er. Einmal bist du nicht da und dann treibst du es wieder so arg, dass das Korn schneller als eine Schwalbe durch die Mahlgänge fliegt und mich die Leute tadeln, mein Mehl sei leichter als Wind und mein Brot schmecke wie gebackene Liebe-Luft. Doch wer soll Vernunft von einem Wind erwarten? Ein starker Sturmstoß wehte wirbelnd wie ein welkes Blatt ein Spatzen herbei. Doch geschickt wusste sich das Kerlchen vom Winde zu lösen, landete schräg über des Müllers Haupt auf einem Balken, plusterte ordnend sein Gefieder auf, strich es glättend mit dem Schnabel und besah frech von der Seite Herrn Müller-Packern. Du hast mir gerade noch gefühlt, murrte der. Suchst wohl ein lockeres Brett, ein Astloch, eine unverschlossene Luke im Mühlenbau, dass du dir deinen Hungerbauch mit meinem schönen Korn zu einem Mönchswanz mäßtest. Doch daraus wird nichts, Meister Dieb. Hey, Johann, Andreas, Jakob, wo steckt ihr Tagediebe? Bringt mir die Schleude ein Spatzes da. Ja, sieh mich nur an, Frechling, gleich werd ich dir mit deinem Kiesel die Knochen brechen. Doch Gunthram wartete die Schleude nicht ab, das Mahlgut in der Mühle lockte ihn nicht. Doch hatte er im niedrigen Wohnhaus nahebei ein vergittertes Fenster erspäht, von dem ein Spalt offen stand. Ratend, dies sei wohl der Vorratsraum des Müllers, und an seiner rundlichen Gestalt abschätzend, er möge wohl kein Freund der mageren Kost sein, schwirrte er ab. Durch die Mahnungen des listigen Schuhu aber gewitzigt, flog er nicht vor des Müllers Augen in das Fenster, sondern wartete erst in einem Versteck ab, bis dieser unmutig scheltend den Kopf aus der Luke zurückzog. Immer kommt ihr zu spät, ihr Faulen. Was soll mir jetzt noch die Schleuder, da der Spatz fort ist? Auf euch müsste ich die Steine schießen, dass ihr eure Glieder etwas hurtiger regen lernt. Krachend flog der Lukendeckel zu, und unbeachtet konnte Spatz sich in das erhoffte Speisenreich durch den Fensterspalt einzwängen. Och, wie hüpfte sein Herz, als er dann in festlichen Aufmarsch alles Erdenklichen Ess- und Trinkbaren sah. In der Mühle nämlich wollte man tauffest feiern, und seit Tagen schon hatte die Müllerin mit Beihilfe mancher tüchtigen Frau gebraten und gebacken, geschmort und gebrutzelt. Och, die schön gebräunten Kalbskeulen, die mit Petersilie garnierten Hammelrücken, die gesülzten Schweinsköpfe, schön weiß mit der feierlichen Zitrone im Maul. Die leckeren Hühner, die sich mit den erhobenen Keulen dem tüchtigen Esser zu präsentieren schien, die breitbrüstigen Gänse, aus deren locker genähtem Bauch die gedünsteten Äpfel drängten. Och, die lieben, guten Kuchen in irdenden Formen oder auf schwarzen Blechen, mit schönen Ringäpfeln belegt oder mit bräunlichen Backbirnen geschmückt, auf deren Haut der süße Zucker glänzte. Die Schüsseln mit sauren Gurken, mit roten Rüben, die Gläser voll duftendem Honig, die Steinkrugen mit schwärzlichem Pflaummus, die Tönnchen voller Sauerkraut und Pörkelfleisch. Wie würzig roch die Luft nach frischgebackenem Brot, wie stattlich hingen vom Eisenhaken die fünf fingerstarken Speckseiten, die mannesarmdicken Liesenwürste, die rot-bräunlich-schwärzen Schinken wie von Urweltsauen. Ja, dem verhungerten Spatzen lief bei dem köstlichen Anblick das Wasser im Schnabel zusammen. Und es war kein Wunder, dass er Verstaunen nicht nur die sofortige Verwandlung vergaß, sondern auch über dem Essbaren ganz übersah, dass er in diesem Paradies der Schleckermäule nicht der einzige Eingeschlichene war, sondern dass dann noch jemand in der Ecke bei der Sahneschüssel saß, für den er nun wieder ein sehr wünschenswerter, fressbarer Happen war. Da saß sie, Madame sagte Pot und leise tritt, fehl ist Domestika, die Katz, die Katz! Sie hatte sich an der Müllerin dicker Sahne recht gemütlich getan, und nun war sie wohl der weichen Milchkost etwas müde geworden und sehnte sich nach frischem Fleisch. Das glühende Auge auf den Eindringling geheftet, saß sie zum Sprunge geduckt da und wartete nur noch, dass der Spatz von der schmalen Fensterbank ein wenig weiter in den Raum hineinhopste. Der ahnungslose Kontram tats, die Katze sprang, es klirrte und brach, ängstlich piepend flatterte Spatt gegen die Decke, aufgereht bemüht, das Zauberhaar von der Zehe zu lösen, ohne zu bedenken, welch harten Fall er dann aus der Luft tun würde. Wieder sprang die Katze, wieder klirrte und brach es, im Hause kreischten ein, drei, zehn, nein, schon zehntausend Weiberstimmen schienen zu kreischen, neuer Bruch, neues geklirnt, geklappert, brechen, scheppern, aber das verdammte Haar wollte nicht von der Zehe. Jetzt hatte ihn die Katze. Mit beiden Vorderpfoten ihn packend, holte sie ihn zu sich herunter auf den Boden. Heiß wehte den Armen, der verschreckt kein Glied zu rühren vermochte, ihr Atem an. Doch mit dem Ruf, der Katze, der Katze, der verdammte Katze, brach es in die Kammer. Mit geschwungenen Besen, Schaumlöffeln, Feuerhaken, drangen die Frauen auf die Übeltäterin ein, die jammernd versuchte, durch das zu enge Fenstergitter zu entrinnen. Da gab es manch trefflichen Schlag, der den Kalbsbraten traf, oder die Gefatterin, oder den zerschellenden Muustopf. Heftig wogte die Schlacht, lauter und lauter schwoll das Kriegsgeschrei an. Du Katz, du Katz! Ängstlich hinter das Spind geduckt, sah der Spatz dem Aufruhr zu. Dankbar begrüßte er die Fügung, dass das festsitzende Heim die Verwandlung unmöglich gemacht hatte. Denn wie wäre es ihm wohl unter dieser scharwütender Weiber ergangen? Ich geb sie, schrie eine und schwenkte am Schwanz das schmerzgepeinigte Tier. Schwapp! hatte sie, nicht die Katze, einen Stoß mit dem Reiserbesen. Wild schreiend bahnte sich Madame Leisetritt einen Weg über Haare und Hauben der Frauen, zornig kratzend und verzweifelt beißend. Durch die Küchentüren drann sie kläglich schreiend ins Freie und rachedürstend stürzte ihr der kriegerische Haufen nach. Unschlüssig saß Spatt auf dem Rande eines Spindes. Arg verstört war ihm das geruhsame Mal, das er sich erhofft. Doch da hörte er, wie ferner und immer ferner die Stimmen der Frauen erschollen, die wohl die Näscherin über Stock und Stein in Dickicht und Dorn vertrieben. Er flatterte eilig zu Boden, streifte das Zauberhaar ab und begann zu essen. Hier ein Bratenstück absäbelnd, dort einem Huhn ein Bein ausrupfend, nun wieder einen tiefen Trunk vom süßen Honigbier tun. Unterdessen schob sich durch die Tür leise der wildhaarige Kopf des gefürchteten Hofhundes, wie sein Meister geschrieben, aber Pack-Am geheißen. Erst knurrte er bedrohlich und fletschte die Zähne. Aber süß stieg ihm dann der Bratenduft in die Nase. Einen Rinderrücken zerrte er vom Tisch, begann den leckeren Fraß und nur ab und zu hob er den Kopf und knurrte böse, wie um zu sagen, bin ich erst satt, beiß ich dich doch noch in die Wade. An der Tür raschelte und wuselte es. Eine Muttersau, zwölf Ferkelchen führend, die erschien und schnüffelte zufrieden und begann dann eifrig, das Vergossen und Verspritzte vom Erdboden zu schlecken. Die Kleinen schlägten ihr nach, sicher um den Frauen die Mühe des Aufwischens zu ersparen. Kauend und lachend betrachtete Guntram die heimliche Diebesgesellschaft. Jetzt fuhr noch eine Ratte aus ihrem Loch und ohne Angst vor dem Hund schleppte sie einen Fleischbrocken im Maule fort. Eben noch in Todesgefahr konnte doch Guntram schon freundlich seiner Feindin gedenken. Arme Katze, du hast am wenigsten vom Male bekommen und dir stolpen sie das Fell am schärfsten. Nun, ich wünsche dir einen recht hohen Baum, der alle Anschläge deiner Feinde zunichte macht und in der Nacht so viele Mäuse, wie du nur in deinen Katzenträumen wünschen könntest. Und damit klappte er gesättigt das Messer zu, setzte sich auf die Fensterbank, rieb den Haarring und schon flatterte er als Spatz davon. Gerade über den Häuptern der Weiber fort, die scheltend mit geschulterten Waffen von ihrem Feldzug heimkehrend nicht ahmten, dass sie die kleine Plage wohl ausgetrieben, die große aber unterdessen gemästet hatten. Schon senkte sich die Sonne gegen den westlichen Himmelsrand und matt durchfilterten ihre Strahlen noch einmal das lockere, grau-weißliche Regengewölk, als der fliegende Schreiber sich dem Spatzenhofe näherte. Freundliche Hälzer des Vaters Geburtsstätte unter sich mit dem weißen Wohnhaus, dem lang bestreckten Stallgebäude, der hohen Scheune, mit dem kleinen Blumengarten, in dem nur noch wenige Astern im helleren Licht leuchteten. Und mit dem großen Obstgarten, in dem der Ohrheim stand und missmutig einen Apfelbaum betrachtete, an dem der Krebs fraß. In den kahlen Zweigen dieses Apfelbaums ließ sich der Neffe nieder, um auszuruhen und um zu bedenken, was nun zu Beginn sei. Dabei schaute er dem Onkel zu, der mit dem Taschenmesser sorglich alles erkrankte Holz fortschnitt. Ach, du solltest, lieber Mann, dachte er bei sich, ebenso sorglich das kranke Gewächs, das dir im Hause wuchert, wegschneiden. Besser wäre es dir und ihr. So dachte er. Aber was er sprach, war nur das eintönige Piep. Doch sah der Onkel trotzdem hoch, nickte dem Federball bedächtig zu und sagte, Ja, piepe nur, Pieper. Der Winter naht und dir ist ängstlich zumute. Doch wirst du immer auf meinem Dunghaufen genug Atzung finden, dich über die kargen Wochen hinweg zu bringen. Aber merke dir eines, Spatz, wenn das Frühjahr kommt und du gehst auf die Freite, bestehst mutig kämpfe mit deinen Gesellen und erwirbst dir ein Weiblein, niste mir nicht an Haus oder Scheune. Ich kann deine Liederwirtschaft mit hängendem Stroh und weißlicher Kleckerei nun einmal nicht ausstehen und gleich müsste mir der Enak her und mit dem Besen deinen jungen Hausstand fortkehren. freundlich piepte zur Antwort der Neffe und dachte bei sich Ach, Herzlieber Ohm, wenn du wüsstest, dass es dem fremden Spatzen nicht nach einem Nest unter der Windfeder deines Daches gelüstet, sondern nach deiner eigenen schönen Tochter. Freilich, dafür wollte ich sagen, dass alles hübsch ordentlich und ohne Liderei zuginge. Das Bettstroh dürfte mir nicht aus der Lade hängen und was die weißliche Kleckerei angeht, so könntest du unbesorgt schlafen. Und darüber überkam den Guntram solch einiges sehen nach dem Anblick der Liebsten, dass er von neuem die Flügel regte und um das Haus flog. Von den Fensterkreuzen und von den Weinreben spähte er in Fenster um Fenster. Und in der Küche erblickte er auch die Mume Petronella umringt von Mägden, wie sie ein schönes Schweineviertel unterstützt von der Zilli in den glühenden Bratofen schob. Je fröhlicher die Gäste, je trauriger die Schweine, dachte Guntram und flog weiter. In der Baso Monikastube lag ein Schreibebüchlein aufgeschlagen auf dem Tische. Gänsekehl und Tintenfass waren dabei. Doch nicht das schöne Gesicht des ernsten Mädchens sah auf die Blätter, sondern, die dicke Brille auf der Nase, saß der graufaltige Schreiber Bubo davor, las eifrig und wendete eilig die Seiten, immer wieder über die Schulter spähend, dass ihn auch keiner überraschte. Zornig über diese Entweihung wollte Spatt mit dem Schnabel gegen die Scheibe pochen, doch besann er sich, dass der weise Schuhho wohl schon mancherlei in seinem Leben erfahren habe und nicht aus unziemlicher Neugierde in den Geheimnissen des Mädchens schnüffle. Ja, plötzlich überkam es den Spatzen, als könnte auf jenen Blättern wohl gar etwas über ihn selbst stehen, vielleicht sogar ein günstiges Wörtlein trotz des Streites am vergangenen Abend. Wie gerne hätte er da an des Bubo statt gesessen und gelesen. Eilig flatterte er weiter und gedachte, einen Einschlupf ins Haus zu finden, etwa durch die zerbrochene Scheibe in der Gästekammer. Im Vorbeifliegen sah er in die Sturbe der Zilli, doch die war leer. Aber befriedigt erblickte er ein schwarz-weiß Kleidlein, das hastig über das Bett geworfen war. Oh, du neugierige Elster, dachte er. Warte, lass mich nur erst im Haus sein, ich will dir deine Zauberhaut schon fein zerpflücken. In der Knechtekammer saß der ältliche schwärzliche Großknecht, hielte einen Igel bei den Stacheln gepackt und schob ihn nun behutsam, mit gravitätischem Ernst, tief in die Röhre eines ungeheuren Kanonenstiefels. Dann ergriff er einen zu seinen Füßen liegenden Sack, brachte einen zweiten Igel hervor und schob ihn in den anderen Stiefel. Ernsthaft schaute er nun in das erste, in das zweite Rohr, schüttelte die Stiefel, lauschte, griff prüfend hinein, zog die Hand schnell wieder zurück und stellte die Stiefel dann neben ein Bett. Och, armer Enak, dachte Guntram vergnügt. Wie wird es dir gehen, fährst du morgen hastig in deine Drecktreter? Och, ärmere Igel, missbraucht vom menschlichen Übermut. Er flog weiter zur Gastkammer, aber kein Einlass war da, eine ordentliche Hand hatte ein gehobeltes Brett vor das Loch genagelt, die kalte Winterluft abzuhalten, bis etwa bei günstiger Gelegenheit aus der Stadt eine neue Tafel Glases beschafft werden könne. In einer Mägdekammer bohrte sich eine Magd nachdenklich in der Nase, über ihr auf dem Dachboden schippte ein Knecht Korn um, in dess in einer Abseite ein Völklein Mäuse eine Versammlung abhielt und wohl über die Winternahrung ratschlagte. Als letzten Weg, als besten Blick hatte sich Guntram Spatt, den in des Onkels Stube aufgehoben. Aber wie ward ihm, als er durch die Scheibe hineinsah? Einander gegenüber, so nah, dass sich die Knie berührten, saßen der falsche Schreiber und die schöne Monika. Die Flügel stumpen, denn man konnte das wirklich nicht Arme nennen, hatte er ausgestreckt. Eine Lage Strickwolle war darum gelegt und emsig wickelte die Base den weichen Faden auf ein Knäuel. Daneben aber stand der Herr Rad Asio, neckisch mit dem Finger tippend, suchte er den Lauf des Fadens zu verwirren und so Arm und weißen Hals, Kopf und Kopf einander näher zu bringen. Wie zornig klopfte das Herz in der kleinen Spatzenbrust vor dem Fenster. Wohl sah er den ernsten abweisenden Ausdruck im Gesicht der aber vielmehr sah er den frechen Blick des Nebenbohlers, der mit schräg gehaltenem Kopf einen Blick, der schön zu erhaschen suchte. Nun fasste der Rad mit zwei spitzen Fingern in den laufenden Faden, zog ihn hoch, warf ihn als Schlinge über den Kopf des Mädchens, als zweite Schlinge um den Hals des frechen Spatzen und zueinander zog er die beiden Köpfe, die Horniger Wut pickte Guntram gegen die Scheibe. Aber ungehört verhallte sein ohnmächtiger Protest, nahe schon waren die Gesichter, die Münder, schon spitzte der Falsche die Lippen und ... Erste Einsprängsel Bruchstück aus dem Tagebuch der Monika Spatt aufgelesen vom Schreiber Bobo Er ist gegangen, liebe selige Mutter, er ist für immer fort. So feige und unmännlich er sich gestern Abend beim Überfall auf mich erwiesen, so mutig hat er heute mit offener Stirne den Beschuldigungen seiner Feinde getrotzt. Ach, mein Kopf muss ja den beweisen, die von allen Seiten gegen ihn vorgebracht wurden, glauben, und er selbst hat es ja eingestanden, sich als erbärmlicher, gemeiner Spatz bei uns eingeschlichen zu haben. Aber als er da mit roten Wangen und funkelnden Augen zornig aus der Stube schritt, gefolgt von dem ungefügen Knechte Enak, als er da mir allein noch einen Blick aus sanfterem, milderem Auge sandte, da galt mein weiser Kopf gar nichts, und nur mein altes, törichtes Herz pochte, pochte und klagte. Doch was erzähle ich dir von mir, herzliebste Mutter? Der Vater macht mir Sorge. Bald ist er ungewohnt milde, bald plötzlich wild. Ich fürchte, der hohe Herr Rat Asio ist kein guter Mann. So weich er scheint, so hart ist er. Manchmal bemerke ich einen plötzlichen Blick, den er seinem ungeschickten Schreiber, den ich Vetter nennen soll, zuwirft, und ich erschrecke. Gestern Abend hat er dem Vater die Urkunde gewiesen, die den Erbanspruch begründet, und der Zug seien echt. Ach, wie nur hat der verstorbene Herr Ohrheim solches schreiben können? Wie vielen Kummer bringt er damit über des Vaters Haus? Doch ich will nicht mehr über ihn schelten, er ist tot und schläft. Stieße es mir doch das Herz ab, würde eine über dich, liebe tote Mutter schelten. Noch hat der Vater zu allen Vorschlägen des Herrn Rat geschwiegen. Aber ich merke ihm an, dass er immerzu daran denkt. Einen Rechtsstreit mit dem hohen Herrn darf er, der niedere Bauersmann nicht wagen. Ihm den Hof zu räumen, das ererbte und erworbene fortzugeben und als armer Mann mit dem weißen Stock ins Land zu gehen, das bräche ihm das Herz. drückte die diebische Freude über den erwarteten Kuss aus, da stieß Monika kräftig mit dem Fuß gegen seinen Stuhl. Er wankte, krampfhaft hob der erschreckte die mit der Wolle gefesselten Arme in die Luft und schon stürzte der Stuhl und der Liebhaber fiel hart aufstoßend zur Erde. Da lag er, zappelte kläglich und verstrickte sich immer Ärger in die Fäden, die er doch, das kostbare Gut achtend, nicht zu zerreißen wagte. Hilflos rückte der Herr Rat an seinem Toupet, bald bückte er sich zu dem Gefallenen und verwirrte nur noch mehr die Verstrickung. Bald wandte er sich an das Mädchen, das, o ernste gehaltene Monika lauthals lachte. Vor dem Fenster aber der Spatz führte ein wahren Triumph und Siegestanz auf. Er hüpfte, schlug mit den Flügeln, wirbelte gegen die Scheiben, piepte, als piepe ein ganzes Ehrenfeld voller Spatzen. Und er führte sich so unbesonnen auf, dass ihn jeder Feind ganz unversehens hätte überraschen können. Es war aber nur der Schreiber, Herr Bubu, der ihn mit der Hand von der Fensterbank wischte und schelten sprach, Ma, beherzigt er so meinen leeren Monsieur? Dann wäre es ihm besser, die Katze fräß ihn gleich, damit er nicht den Jammer, den er doch nicht verhüten kann und will, mit Augen sieht. Wo ist das Haar vom Haupte des Feindes? Hä? Hat er schon im Kamm auf der Fremdenstube nachgesehen, ob darin vielleicht ein hardes Burschen sitzt? Hält er so seine Versprechungen? Hä? Wie hilflos war dem Schreiber da, als er im Gitterwerk der großen Menschenhand saß und statt aller Gedanken nichts hervorbringen konnte, als ein erbärmliches Piep-Piep. Ja, Piep-Piep, das glaube ich wohl, schallt der Schreiber weiter. Piep-Piep hin und Piep-Piep her, aber das Haar haben wir doch noch nicht, sonst würden wir nicht so jämmerlich piepen. Nun komm, du Wicht, und erzähle mir nicht auf Spätzisch, sondern auf gut Deutsch, was du denn bisher verrichtet. Gefressen hast du, das fühle ich an deinem Bauch, aber sonst hast du wohl wenig getan. Damit steckte der Schreiber den Spatzen recht resolut in die Tasche und ging mit ihm ins Haus zurück, wo er sogleich die Treppe zum Dachgeschoss empor zu steigen begann. Sehr schlimm fühlte sich Guntram in dem tuchenden Gefängnis des alten Junggesellen, ohne Licht und Luft ward sein empfindlicher Schnabel noch durch die verlorenen Krümel ausgestreuten Spaniols gereizt. Krampfhaft zuckte er, wenn ein neues Niesen ihm in die Nase fuhr. Ich bist du, krächzte der Schreiber und klopfte derb auf die Tasche und ob ich wohl der erste niesende Spatz dieses Erdballs bin, fragte sich Guntram und nies den Neu. In seiner Kammer angekommen, drehte der alte Schreiber vorsichtig den Schlüssel im Schloss, hängte eine Decke vors Fenster und setzte dann den Spatz mit den milderen Worten zu Boden Nun werde wieder Mensch lieber Bruder und berichte. Und als der junge Guntram stattlich und gut anzusehen statt eines schäbigen Spatzen vor ihm stand, setzte er noch hinzu, wie wunderlich es doch ist, obwohl ich genau weiß, du bist Mensch und kein Sperling, hätte ich dir eben, als ich dein unsinnig Beginn auf der Fensterbank sah, fast den Hals umgedreht, denn du warst ja nur ein Spatz. jetzt aber, da du als Mensch vor mir stehst, frage ich ganz manierlich, was hast du begonnen, lieber Bruder, was hast du ausgerichtet? Ein wenig beschämt berichtete Guntram von seinen Erlebnissen in der Speisekammer des Müllers Packer. Sinnend wiegte der alte Bubo den Kopf hin und her und schließlich sprach er, gleichst du doch wirklich, Bruder, einem Kochtopf, der auf zu hitzigem Feuer steht? Immer klappert bei dir vor aufsteigendem Rasen der Deckel und denkt man, nun ist endlich eine vernünftige Suppe gar gekocht. Zisch, kochst du über und fährst nutzlos verdampfend über die Erdplatte. Immerhin muss ich dir sagen, dass ein glücklicher Stern deinem törichten Tun einen vernünftigen Sinn gibt. Denn die Katze, der du so glücklich entrunnen war, keine gewöhnliche, sondern eine Zauberkatze, genannt Mimi, eine enge Freundin der Mumetalerin. Manch Böses hat sie schon mit Spionieren und Leisetreten angestiftet. Ich will nur hoffen, die Weiber haben mir mit Schürhaken und Reiserbesen tüchtig das Fell gegabt, dass sie nicht sobald im Stande ist, hier zu erscheinen. Vorhin auf der Fensterbank wärst du ein unfehlbarer Fang für sie gewesen. Und was weiter? Leichteren Herzens berichtete Guntram von der eben belauschten Szene in der kleinen Wohnstube, auch von dem vernagelten Loch in der Fremden Kammer. So müsste ich dich, sprach Herr Bubo, sogleich durch die Tür in die Fremdenstube setzen. Verbirg dich dort gut, bis dein Feind erscheint. Sicher wird sich dann für dich eine gute Gelegenheit bieten, ihm ein Haar zu rauben. Doch voller heimlicher List bat Guntram, trage mich doch, weiser Meister, hinab in die Wohnstube. Mir schwarnt, dass sich dort mit der Rückkehr des Onkels wichtige Dinge begeben werden. Deine Kundschafterin die Maus wird lange nicht so aufmerksam lauschen, so rasch verstehen wie ich. Lächelnd sprach Bubo, wenn der Maus ausgebratener Speck den Kopf verdummt, so rate ich, lieber Bruder, dass dich ein anderer Speck in die Wohnstube lockt und ein recht appetitlicher rau sich weißer ist das wohl. Nun, ich will es immerhin wagen, mag ja sein, dass dieser Speck dich hellhörig macht. Damit schob er den rumtram wieder in die Tasche, stieg leise ins Erdgeschoss, schlich lautlos über die Diele, lauschte einen Augenblick an der Tür und trat dann ein mit der demütigen Frage, ob der Herr Rat nach ihm gerufen. Es sei ihm so gewesen. Unwillig rief Herr Asio, was klabastert und knastert denn ewig an der Türe? Jede Markt schiebt jede Minute ihren naseweisen Kopf herein und nun kommst auch noch du, alter Krächzer. Noch ist der Brautkuchen nicht gebacken, noch brauchst du das Pergament nicht zu glätten für den Ehevertrag. Hebe dich hinweg, graues Stubhaar und zähle mir die Astlöcher in den Bodendielen, dass du mir aber nicht um eines fehlest. Keck krächzend antwortete der alte Schreiber, er werde die Mäuse fragen, die am besten die Astlöcher kennten. Seine Haare aber habe er sich nicht selbst gemacht, sondern seine Mutter, die wieder nicht allein die Schultern ihnen trage, denn sein Vater habe ihr dabei geholfen. Schere dich hinaus, frecher Vogel, schrie der Rat. Wie magst du solche Reden vor jungen Leuten führen, fort, fort, weg, husch. Unterdessen aber war es dem Schuhuh gelungen, scheinbar verlegen hin- und hertretend, den Spatzen hinter den Ofen zu schieben. Nun entwichereilig. Guntram aber saß in sicherem Dämmer und spähte neugierig in die Stube. Seine Base saß jetzt am Tisch und strickte eifrig. Und vielleicht nicht ohne Absicht hatte sie die größten und spitzesten Nadeln gewählt, mit denen sie dreuend hin und her fuhr. Auf dem Kanapé hockte halbliegend der falsche Vetter und jächzte emmerlich. Mit grunzelter Stirne schritt der Rat auf und ab und versuchte vergebens sein Gesicht in freundliche Falten zu legen. Endlich sprach er Ehe der lästige Popo herein kam Guntram bat deine Base ihr etwas vom Leben der großen Stadt zu erzählen. Wohl an denn schön Mädchen muss man ihre kleinen Wünsche erfüllen auf das sie äußert man etwa einen großen Nichts Hage sein. Er soll sich nicht bemühen hoher Rat sagte Monika mit einem Blick auf den vorgeblichen Vetter es könnte ihm zu viel Mühe machen und klagend piepte der falsche mir ist zu trieb mir ist zu schlicht ich fürchte ich kriege die Mauser unwillig sah der Rat auf den ungeschickten Lehrling in das das Mädchen verstohlen lächelte dann sprach er er ist wirklich krank diese Tage der Herr Guntram spott schon mit einem Fieber bestieg er die Kalesche vergebens riet ich ihm von der durchkälteten Fahrt ab zu groß war sein Eifer dich zu sehen mein schönes Kind gelassen antwortete die Base doch ihr Strickzeug klirrte bedrohlich er hätte in der Stadt sein Fieber pflegen sollen wir konnten seiner noch gut entraten ernsthaft mahnte der Herr Asio gleicheres Gefühl wie die Tochter eines ehrbaren Landmanns hängt ihr Herz an einen betrügerischen Schuften Ja rief sie flammend ich leugne es nicht wenn ich diesen erbärmlichen Pieper sehe scheint der andere mir ein recht mutiger Mann sind doch die Rollen wie vertauscht er der als Spatz gekommen scheint ein Mann dieser aber der als Mensch aus der Kalische stieg piept hier herum als sei er eben aus dem liederlichen Nest seiner Eltern gefallen Ja in seinem Ofenwinkel freute sich Guntram herzlich Ehe aber der Herr Rat noch hatte antworten können sprach die strenge Stimme der Momepetronella Thalerin die unvermerkt eingetreten Monika Mädchen mäßige dich wie kannst du so zum Herrn Rat sprechen der Vater ist auch auf dem Wege willst du durch raschen Zorn sein Herz tief verwunden rasch beruhige dich sprich wie heißt der erste Grad der Zucker läuterung ach sagte Monika unwillig wenn man mich peinigt unerbittlich verlangte die Mom der erste Grad Monika sprich und gehorsam antwortete diese der erste Grad heißt der breit breit lauf und wie beweiset sich der breit lauf dass der zucker in breitem tropfen vom schaumlöffel fällt und wie heißt der dritte grad der dritte grad heißet der große faden und wie beweiset sich der große faden wenn der zucker zwischen daumen und zeigefinger einen großen faden macht und nicht abreißt und der sechste grad Monika der sechste grad heißet flug und wie beweiset sich der flug bläst man durch den zucker getauchten schaumlöffel und entstehen fliegende blasen so ist der zucker zum flug gekocht siehst du Monika sprach ernst die mume so zeiget sich des wissens macht über die menschlichen leidenschaften schon bist du wieder ruhig wirst artig zu deinen gästen sein und den lieben Vater nicht betrüben das war der neuste teil unseres märchens vom stadtschreiber der aufs land flog wenn er dir gefallen hat lass mir gerne ein abo ein kommentar oder einen daumen hoch da wenn du magst hören wir uns bald wieder aber jetzt schlaf gut sky ra or or r r r r r Untertitelung des ZDF, 2020